Konnichiwa meine Anime und Gameotakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Division. Und ja, wir sind jetzt hier in der Operationsbasis, denn wir müssen mit Jessica Kerner reden und Failau. Und ich denke mal, wir fangen mal zuerst hier mit ihr sprechen. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Das war beeindruckende Arbeit, Agent. Das einzige, was die Lage hier drin erträglich gemacht hat, war zu wissen, dass sie da draußen tun, was ich nicht tun kann. So langsam fängt die Stadt an, sich wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Man sieht es in den Augen der Menschen. Sie denken langsam wieder an etwas anderes, als nur ans Sterben. Und sie ahnen nicht, dass das Schlimmste noch da draußen ist. Colonel Bliss' Männer sind schwerer Tod zu kriegen, als ein ganzer Schwarm Kakerlaken. Sie sind angeschlagen, aber sie haben immer noch die Mittel, um die Stadt im großen Stil zu terrorisieren. Sie haben sich im UN-Gebäude verschanzt und sie haben Tschernenko, den russischen Virologen, mit dem Amherst gearbeitet hat. Sie haben ihn dort als Geisel genommen. Faschisten im International Peace and Security Institute. Lustiger Kerl, dieser Bliss. Inzwischen ist auch klar, dass das LMB hinter dem steckt, was mit der ersten Welle passiert ist. Und wir wissen jetzt, dass mindestens ein Agent mit Bliss zusammengearbeitet hat. Wir dachten, das LMB wäre schon schlimm genug. Aber wenn sie Zugriff auf Division-Daten und Technik haben, könnten sie effektiv alles zerstören, worauf wir hinarbeiten. Oh, wir kriegen eine sehr große Special-Aufgabe. Die sehr wichtig ist. Also hängt jetzt alles an uns. Es hängt alles an uns. Ja, ich weiß, dass ihr mich braucht. Ist mir schon klar. So, wir quatschen jetzt nochmal mit Candle. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich glaube, wir haben etwas. Dank Ihnen haben wir die genetische Drift des Virus endlich geknackt. Und ich habe die komplette DNA identifiziert, die Amherst zusätzlich eingebaut hat. Und dank der Proben, die sie von den Überlebenden haben, konnte ich Antikörper gegen unser freundliches Killer-Virus aus der Nachbarschaft gewinnen. Und ich konnte eine Roadmap für einen Impfstoff entwickeln. Hier ist es. Sehen Sie selbst. Sehen Sie, dazu kommt es nicht. Dazu kommt es nicht. Dr. Candle, Sie werden im Auffachraum benötigt. Dr. Candle! Wie gesagt, viel zu tun. Hey. So was überleben wir nicht nochmal. Also bitte. Ist ja gut. Ich weiß schon, ich habe es kapiert. Es hängt alles an uns und... Och Mann, so eine Scheiße. Alter. Äh... Warum? Äh... Auweia. Also wir haben eine ganz schöne Scheiße. Ja. Ich meine es auch nicht. Oh, wir brauchen 1000 Katastrophenhilfe. Oha. Wir haben 720, okay. Puh. Also. Wir sitzen ganz schön... Was? Wir sitzen also ganz schön in der Patsche. Waffenhinder. Zeig mal, ob du irgendwas cooles für mich hast. Mhm. Wow. Okay. Ziemlich teuer, aber ich brauche auch nichts. Ähm... Munition ist voll. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Was ist das hier? Hier ist ein Nebeneinsatz. Das hier ist ein Einsatz. Ich höre, Dagger, was gibt es? Ich habe eine bestätigte... Generalversammlung. Okay. Oh, wow, wow. Das könnte ziemlich krass werden. Ähm... Die Einsätze werden sowieso immer schlimmer und immer schlimmer. Aber es macht schon ziemlich viel Spaß. Das muss ich auch sagen. Hier oben... Gibt es hier oben noch was? Ne, hier nicht mehr. Hier ist... Hier ist das Limit. Der Punkt ist gesperrt, weil ich da noch nicht war. Der Punkt ist auch noch gesperrt. Hm... Ich möchte schon da gerne hin. Denn hier sind auch noch viele Aufträge, die wir machen können. Die Dark Zone möchte ich auch noch gerne rein. Hm... Ja... Ja, okay. Ich mache erst mal eine Schnellreise hierher. Also eine Blitzreise. So. Blitzreise bestätigen. Jetzt latschen wir erst mal eine Weile dorthin. Ein paar Nebenmissionen machen, damit wir erstens diese Güter sammeln. Damit wir die ganzen Punkte da einlösen können, was wir gerade gesehen haben im Medizin-Bereich. Wir brauchen ja tausend Punkte für Katastrophenhilfe und für Technik und sonstiges brauchen wir auch noch die ganzen Punkte. Ich glaube, ich habe nur noch diese Tausender alle übrig. Deswegen, ja, müssen wir ein bisschen uns sputen. So. So, ich muss eh noch mal gucken, wie das alles noch mal geht. So, okay. Zack. Ach, diese Munitionsknappheit ist hier sowieso mal ziemlich krass in so Division. Also das ist so unglaublich. Ähm, ein Handy? Wo ist hier ein... Wo ist denn das Handy? Ich will's haben! Ich will's haben! Natürlich kriege ich jetzt die da hier alle. Alle! Wow, das sind ja die Güte. Okay. Okay. Ich will's mal auch noch nicht schießen, du Arsch. Ich glaube, hier mein Geh ist nicht verlangt. Ich kann ja noch was wieder vorhast. Scheiße. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ich will's auf dem Sack. Ich will's halt den ganzen Tag wachten. Alter. Ich bin mir nicht auf dem Sack. Ich bin mir nicht auf dem Sack. Wow! Alter, die nerven richtig. So, du nervst mich auch. So, machen wir das mal kaputt, das brauch ich jetzt nicht. So. Oh, Mann, diese Nervensägen. Was? Will ich das jetzt machen oder... Hallo? Ihr gebt mir hier einfach irgendwelche Aufträge, die will ich doch gar nicht machen. Ich wollte die ganze Zeit dieses Handy haben. Was ich nicht finde. Ich hör's aber. Da ist es. Etlich. Gottverdammt. Ich war da. Mittendrin. Ich hätte die Leute retten können. Die ganze beschissene Lage. Ich kann es nicht fassen. Wie kann man die Besten der Besten anwerben und ihnen dann nicht erlauben, ihre Arbeit zu tun? Totaler Schwachsinn. Wenn wir jetzt abziehen, können wir nie wieder zurück. Die ganze Gegend wird eine riesige Grauzone. Vollkommen gesetzlos. Gott, wir lassen die hier hin. Hör auf. Hör auf, ein Weichei zu sein. Reiß dich zusammen. Denk nach, Gottverdammt. Die Idioten. Gottverdammte Idioten. Was denken die sich? Okay, wir haben ein Problem. Was denken die sich? Autsch. So eine Scheiße. Oh fuck, ey. Wir haben jetzt ein ganz schön großes Problem. Jetzt kommen sie nämlich alle hierher. Oh fuck. Oh fuck. Wie viele sind das? Wie viele sind das? Oh Gott. Alter, da sind echt viele. Ich bin grad nicht so krass los. Wie viele hier gerade kommen. Was war das denn für einer? Was war das denn für einer? Ein Hilfstyp oder was? Also so ein Sanitäter. What the fuck? Okay, so können wir auch ein paar Level machen. Hm, auch nicht schlecht. Uhuhuhuhuhu. Oh. Ich bin hier. Er läuft gegen ne Wand oder so, keine Ahnung. Ja, so kriegen wir EP, aber... Oh weia ey, wenn das so weitergeht. Ich hab schon wieder kaum Munition. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Wo genau sind die? Hat er was bei sich? Ja, so können wir es auch machen. Der Rest ist da drin, aber. Oder was? Komm schon! Geschütz machen! Zack! Oh fuck, da kommen wir noch mehr in. Na super. Geiselrettung, okay. Das ist ja ziemlich spontan, was hier gerade abgeht. Warum? Warum werde ich in jede Scheiße reingezogen? Kommen die runter? Nö, natürlich nicht. Ich geb auf, wann ich es sage und nicht, wann du es willst. Oh, was sind das für eine? Ja, mach ruhig weiter ey, lass dich selber explosieren. Das finde ich super. Ich würde ja keinen Spaß! Das ist doch so ein Idiot! Boah, das ist so ein ganz fetter Alida. Scheiße. Also fett in dem Sinne, dass er... ... ziemlich viel Leben hat. Ich sehe gar nicht mehr, ob der ist. Wow! Alter! So eine Scheiße. Nö! Ich gebe nicht einfach auf. Das ist nicht mein Ziel. Alter, natürlich triffst du mich so krass. Natürlich triffst du mich so krass. Magst ja nicht hier rauszukommen, du Arsch. Magst ja nicht rauszukommen. So ein bisschen haben wir schon Schaden gemacht, aber... Oh, Alter, wie viel der uns abzieht. Oh, ich habe ja gar nichts. MP-Granate, was soll ich denn da mitmachen? Okay. Yay, super. Noch ein Schuss oder so, nämlich weg. Weg vom Fenster. Solange der da drin bleibt, ist es mir eigentlich kackegal, aber... Scheiße. Der hat noch ziemlich viel Leben, das ist ein bisschen problematisch jetzt. Ich muss mal mein Leben erstmal auffüllen. Dann locke ich den vielleicht mal ein bisschen raus. Weil ich kann hier nicht wirklich was machen. Okay. Wo wirft er die Granaten bitte hin? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wo wirft er die Granaten hin? Oh, scheiße. Ich habe ja kaum noch Munition. Nicht gut. Meine Pistole muss jetzt wieder dran glauben. Aua. Geh mir nicht auf den Sack. Wie kriege ich den am besten? So vielleicht? Ich schieße nicht auf den, das ist scheiße. Gib doch einfach auf. Nee, ich will nicht aufgeben. Wenn es jetzt länger dauert, ist mir egal. Ich will nicht aufgeben. Nur weil du es willst. Ich bin da nicht blöd. Nur noch du. Gib du da auf. Gib einfach du auf. Komm. Sei so lieb. Halt die Fresse. Au. Wie kann er mich treffen, ey? Heil mich. So eine Scheiße. Der hat noch einen, so einen Fackbalken. Wehe, du triffst. Ei, wehe. Der schafft es jetzt hier rauszuwerfen. Wo wirft der hin? Der sieht doch, dass da ein Fenster ist und so ein Zaun. Willst du mich verarschen? Anscheinend. Ich habe die Idee, das hier raufzupacken. Darum habe ich das zuerst zerstört. Weil dann ist es nämlich höher gestellt. Und dann schießt er auf ihn. Mal besser. Jetzt macht es auf jeden Fall mehr Schaden. Der ist wirklich scheiße. Nein. Aber er bleibt da drin. Das ist mir eigentlich voll schnuppe. Komm, zeig mir das Köpfchen. So, jetzt hat er nur noch dieses Leben. Ha, nur noch. Ja. Au, au, au. Ich muss voll aufpassen. Aber der geht mir so auf den Sack, der Arsch. Der geht mir so auf den Sack. Ja, ich bin schön hier, ne? Der lädt gerade nach, man sieht. Scheiße. Scheiße. Fast. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Natürlich, er trifft mich, wenn ich in eine Deckung gehe. Natürlich. Ach man, der Typ nervt. Ich habe auch keine Granaten mehr oder so. Deswegen dauert es gerade ein bisschen. Aber ich will nichts riskieren, weil wenn ich jetzt verkacke, dann... Ich hoffe, jetzt spawnen hier nicht die anderen wieder. Das war scheiße. Und, wirfst du wieder dagegen? Alter, warum wirft er da hin? Warum wirfst du denn da hinten hin? Ich bin hier. Du schießt doch die ganze Zeit auf mich. Ich will ja mich verarschen. Bumm. Fuck you. Du Arsch. Ja. Hier ist jemand und ich rette euch gleich. Moment. Dass ihr seit Stunden eingesperrt seid, tut mir voll leid. So, da oben sind die. Ja, ich komme ja schon. Wartet doch. Geiselschlüssel. Ja, okay. Warte. Ich gehe nach oben. Hier mal lieber ist die Pistole. Man weiß ja nie, ob hier noch irgendein Spasti um die Ecke kommt. Vor allen Dingen... Der Schlüssel, ey. Warum... Wieso ist der Schlüssel denn nicht bei dem, der die eingesperrt hat? Das verstehe ich ja mal nicht. Das liegt immer irgendwo random woanders rum. Na gut. So, wir retten mal jetzt die Geiseln, die Armen. Ja, die Schlüssel sind hier. Bleib doch mal ruhig. So, bitte. Kannst du raus? Gehst du mal raus? Ich will gucken, ob hier noch drunter... So schnell wie möglich hier weg. Ja, geh mal. Na los. Ey, die stehen hier noch. Ich verstehe es nicht. Ihr seid doch jetzt frei. Jetzt nervt doch nicht. So, weiter geht's. Ich glaube, irgendwann sterbe ich, weil ich habe keine Munizur mehr. Hihi. Und das sieht hier ziemlich nach so Kampfareale aus. Ich habe Angst. Und ich möchte eigentlich... Ich möchte eigentlich zu diesem Safehouse gehen. 155 Meter. Schaffe ich das bis dorthin? Das ist jetzt die Frage. Ich versuche es jetzt noch, schnell dahin zu kommen. Oh, scheiße. Ich habe mich gerade erschrocken. Was möchtest du denn? Mineralwasser, hier. Wir haben ein großes Herz. Ja, ich weiß. Und das wird leider oft bestraft, dass man ein großes Herz hat. Das wird sehr oft ausgenutzt. Das klingt ja schon wieder scheiße hier. Komme ich noch zum Safehouse, oder nicht? So ein Dreck. Ich möchte das einfach nur freischalten. Einfach nur freischalten, damit ich nicht immer hier hinlatschen muss. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir haben es geschafft. Juhu. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ja, ist doch schön. So. Jetzt können wir hier auch noch hin. Super. Cool. Wir haben einen neuen Punkt erreicht. Hier ist noch eine Karte, wo wir neue Aufgaben bekommen. Straßensperre, Kampf. Wow, alles wieder. Geiseln. Sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Hier ist noch so ein Offizier, mit dem wir quatschen. Ja, schön. Ja, das erzählt ihr mir alle. Ihr habt überall Probleme. Wir haben überall Probleme. Also, jetzt laber mich doch nicht zu, Alter. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Was denn? Dass du nur Scheiße hast. Okay, er hat schon coole Sachen, aber... zu sehen, wie geliebte Menschen da hinzusehen, wie geliebte Menschen da hinzusehen. Nächstes Mal kriege ich sie. Haha, das glaubst doch nur du. Na gut, ich mach jetzt aber hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben ja auf jeden Fall reichliche Aufgaben wiederbekommen. Also, schaltet dann wieder ein und bis dann. Danke. Danke. Danke.